Bei einer Explosion in einem Restaurant in Japan, genau genommen in Sapporo, der Hauptstadt der Inselprovinz Hokkaido, werden am Nachmittag dutzende Menschen verletzt, eine Person sogar schwer. Feuerwehr und andere Einsatzkräfte sind mit mehr als 20 Fahrzeugen am Unglücksort im Einsatz. Die Ursache der Explosion ist bisher noch unklar. Einen Terroranschlag halten die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt aber für unwahrscheinlich.